So, 62 alte Frau, kommt aus, Norddeutschland, Willefeld? Ja, okay. So, ich habe so mitgekriegt, Deutsch sprach. Die Achilles war vor drei Jahren ein bisschen, aber in den letzten Jahren, vor einem Jahr fängt es minimal, aber im letzten halben Jahr war es ganz stark Schmerz. Richtig? Ja. Und wenn du für eine Stunde laubst, hast du gespürt. Ja. Konnte nicht lauben, ne? Das war typisch Achillesentzündung, richtig? Ja. Sagt man, ne? Ja. Rechts mehr als links, ne? Mhm. Okay. Wo warst du vorher deine Therapie? Nirgendwo. Und was hast du bei den Arzt nicht gewesen? Einmal, aber die wollten mir die Sehne einschneiden und das habe ich nicht machen lassen. Ah so. Und keine Arzttraffik gemacht? Nein. Dem fiel nur ein, dass man die Sehne mal ritzen könnte, um zu gucken, ob es dann besser wird. Also warum hast du nein gesagt? Weil ich mir nicht heile Dinge kaputt machen lasse, um auszuprobieren, ob vielleicht was anderes besser wird. Ah ja. Okay. So. Jetzt war fast vier Monate keine Schmerzen mehr, habe ich so. Ja. Es kann auch 90 Minuten laufen, aber Achilles spürt gar nicht. Ja. Fast vier. Richtig? Achilles. Achillesentzündung, Achillesschmerzen, alle Menschen unterschiedlich. Alle Krankheiten, Knie, Rückenschmerzen, jeder Menschen Ursache unterschiedlich. Unsere KSS-Methode ist orientierende Ursache. Jeder andere Gesicht, krank gleich, aber alle unterschiedlich. Eine ist spitze Nase, koreaner, kleiner Nase, andere Hautfarbe. So Ursache ist alle Unterschiede. So Einzelheit Ursache ist muskelunterschiedliche Kraft. Da muskelunterschiedliche Kraft ist, die Nervenimpulsunterschied. Darum ist, durch die Schwung her muss nachzucken, welche Muskelgruppe krank ist. So. Hochzehnmal, als du mir kam, die Sehbeugung, das erste Mal war. Da war, da war kaum Kraft. Hochzehn, hier war kaum, hier kaum Kraft, kein Widerstand. Die Ziehn, die Muskel schwach, Achilleschrom, das Gegenseitige Muskel. Achilles ist nicht Ursache, die Gegenseitige Muskel war krank. Muskel schwach. Warum? Muskel hat es genug, visuell sieht man. Aber Muskel gibt, Nervenimpuls ist krank. Darum ist der Muskel schwach geworden. Wenn Nervenimpuls blockiert, wie du willst, Training. Viele krank geben als Training, kommt nicht Kraft, weil Nervenimpuls blockiert hat. Bio-orientierte Therapie, Ursache, welchen Nervenimpuls blockiert hat. So, die kann man nur manuell testen. So, siehst du mal noch hier, da war schwach. Der, der war ein bisschen besser, der war schwach gewesen. Jetzt hochziehen, fest steht, deine Natur. Ja, das ist nach vier Monaten unglaublich stark geworden. Wie lange hast du weniger Schmerzen nochmal? Vier Monate. Vier Monate. Dann fragt sich, so, für Behandlung ist Schmerzen geschwunden. Richtig? Ja. So, die Leute testen. Die Beugung, der war schwach. Okay, das ist der Feuerzeug. Die Radius anwenden. Hier. Jeder kann man zu Hause nacken arbeiten. Da kann man jeder einfach helfen. Aber Deutsche sind stark Einbildung. Das neue Method mit Feuerzeug. Dadurch nicht nacken machen, hilft auch nicht. Ich habe meine YouTube jetzt ganz im Bett jetzt. Die viele Kommentare drin. Die Koreaner, der war zu weiter. Da haben die Videofilm geguckt, alle selber nackt gemacht. Die haben eine Roben, Roben. Wunderschön, schmerzfrei geworden ist. Ich bitte sie, meine Videofilm ist nicht, äh, ich Werbung machen. Nein, ihr seid Zuhauselehrerin, ihre Frau Kinder helfen kann. So, gucken Sie mal so, so eine Radius. Dann setzen Sie hier. Wenn ich drückte, ein, zwei Sekunde schmerzen. Schmerzen, ne? Ein, zwei Sekunde. Schmerzen, ne? Ja. Wie eine Stecke Messer, ne? So stark. Die, dann langzantrucke, weil so stark ist. Dann nacken Flecke. Maschieren. Trotzdem unangenehm. Und hier. Praktisch, zwei, drei Sekunde bis hier. Hier. Aber nächste, genau selber, fünf Sekunde. Aber hier bisschen weniger. Das ist komplett zehn, vier Stunden. Sandtierarbeit. Sie beugen. Dann nacken wir testen, die kommt mehr Kraft. Die mehr Kraft kommt, die Achilles zieht das. Wenn Kraft nicht, Achilles krumm kommt. Mhm. Darum sehr wichtiger. Die ist, alle Bibelsäure, alle orthopädischen Sachen ästhetische Kraft zu schaffen. Dann nacken wir hier unten. Das zwei, drei Sekunden. Da gibt es eine CNN. So. Dann hier mit dem Knochen. Das ist ein Hohl drehen. Schön angenehm, ne? Baaah. Das wieder zwei, drei Sekunden. Wenn sie starker, langsamer, langsamer. Und hier drehen. Maschieren. Da wieder unangenehm. Da wieder zehn Minuten, vier Stunden zusammen. Dann, die sind sehr stark. Dann testen wir nochmal hier. Gegen. Okay. Der Kraft. Der Kraft. So locker. Die Kraft. Gegen. Die muss stark werden. Normal. Schappen nicht. Wenn vierzehn alte Mädchen, ich kann die Kraft nicht schaffen, weil sie zu stark ist. Die, die symmetrisch sein. So. Jetzt hochziehen. Anziehen. Gut. Gegen. Anziehen. Als du mir kam, war, hier war gar nicht. Gar nicht. Die Leute sollen deutlich gucken, nachmachen. Dass die Muskeln ziehen. Anziehen. Anziehen. Hin und her. Genau. Die Muskeln ist gegen Achilles. Der gegen. Wenn der Muskel schwach ist, der Achilles ist auch schwach. Nochmal anziehen. Okay. Dann den Ansatz setzt hier. Zwei, drei Sekunden. Sehr schmerzenhaft. Locker. 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 Dann neben. Neben wieder einen Knökenansatz. Da wieder. Zwei, drei Sekunden. Dann wieder locker. 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 Die zwei Punkte, die lange Muskeln bis hier, für eine Stunde. Marschieren. Hier stark drückt und hier ist marschieren. Unangenehm. So. Anziehen. 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 Dann kommt hier stark. Merken Sie, ne? Dann Schluss. Das sehr wichtige Folgen. Hier. Hochziehen. So. Unterschützen. Unangenehm. Ne? Da. Da. Der Nächste. Hier. Hier. Für. Wenn viele die Muskelspannung schmerzen, auch die Methode ist gleich. So. Ziehen. Dann kommt hier Stabil. Der Stabil heißt, die Muskeln sehr stark geworden. Dann ziehen nochmal. Der stark. Dann kommt hier. Dann kommt das Akselist. Wenn nachher. Training. Hochziehen. Halten. Meine Körper zeigen. Hier. Anziehen. 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 Fest. Ein. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Wie geht's? Noch besser, ne? Ja. Schmelzen. Achille schmelzen. Neunzig Prozent weg. Spüren Sie gar nicht. Aber wenn man Finger so drückt, dann ein bisschen empindeliger. So. Dann dieses Stretching her, die dehnt sich das. Dann schmerzt sie nicht mehr. Toll, ne? Mhm. Darum ist Achilles ist gegen Muskeln unter diesem Training. So. Ich habe nochmal erklärt. Hier. So. Hier anziehen. Hier drücken. Fest. So. Halt. Fest. Okay? Ja. Fest. Zehn Sekunden. Fünfzehn Sekunden. Dann loslassen. Nochmal. Nochmal so. Ja. So trainieren, ne? Okay. Fünfmal. Fünfmal. Wenn Akeak stabilisiert. Drücken. Gegen drücken. Drücken. Nochmal. Gegen drücken. Drücken. Stricken. Dann Bein hochhebeln. Ja. Bisschen hoch. Bein streng, ne? Ja. 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 So Training. Okay. Das nach so zwei, drei Monate später, ne? Jetzt nur Liegentraining. Okay. Vielen Dank, aber viel besser geworden, ne? Ja? Ja. Toll. Dankeschön. Jetzt. Genau. knows何?